was geht meine freundin herzlich willkommen auf dem kanal der jogi ist mal wieder back am stüssel für euch heute wieder aus dem giants editor von der weisenbachtal ja ihr habt es gesehen anhand vom intro ich habe mir ein kleines intro gebastelt bedeutet da kommt auf euch was zu ein kleines let's play wir haben hier im stream uns hier schon ein bisschen was hergerichtet wie wir das ganze spielen wollen das ganze wird ein multiplayer sein das wird das allererste mal auf meinem channel geben wir sind absolut nervös wir schauen mal wie es wird es wird ganz tiefen entspannt sowie die karte hier auch das ganze so ein bisschen ausstrahlt aber das ist heute eigentlich nicht der grund ich möchte euch natürlich euch das ganze ein bisschen präsentieren wieso das intro aussieht also durfte gar nicht mal eure meinung und reinschreiben und ob ihr bock dazu habt auf dieses kleine projekt ich möchte euch aber zusätzlich noch zu diesem intro wo ihr ja auch diese kuhglocken wieder wahrgenommen habt euch ein bisschen zeigen wie das ganze geht denn ihr habt gefragt wie wird das ganze verbaut und es ist eigentlich relativ einfach das wird ein sehr kürzes video ihr geht rein öffnet einmal den mod bedeutet ihr die mod tschuldigung die mod ihr müsst einmal die tiroler weisenbachtal entpacken und dann geht ihr rein auf alpin und dann öffnet ihr die map i3d und kommt somit hierhin dann geht ihr auf youtube und sucht dort oben in der suchleiste kuhglockensound raus und dann einfach nach eurer wahl ich habe mich jetzt für den hier entschieden gehabt dann kopiert ihr euch diesen link hier oben raus dann geht ihr als nächstes auf google und gibt dort ein youtube download als mp3 und dann kommt ihr zum beispiel was ich immer macht diese seite hier und lad mir diese sounds zum beispiel runter ich mache das jetzt hier nicht weiter da kommt das selber damit klar weil da wird immer wieder ein paar nicht schöne werbesachen jugendfrei gepostet deswegen disclaimer ich hafte nicht dafür für solche sachen das ist alles was ich für mich privat macht da muss ich selber einstehen was ihr macht müsst ihr selber nur an der stelle sei es gesagt dann braucht ihr eventuell oder city oder city ist ein programm wo man audio bearbeiten kann bedeutet wir haben uns jetzt eine datei runtergeladen diese sound datei und die ziehe ich mir mal hier rein jetzt sind solche sachen wie vielleicht störgeräusche oder dass es hier so lange braucht zum anlaufen da könnt ihr sachen rausschneiden so wie ihr das gerade haben wollt und könnt das ganze dann als mp3 oder oder bearbeiten so jetzt kommen eigentlich zum haupt ding und es ist halt wirklich relativ kurz ihr geht hier ein create audio source und dann könnt ihr hier schon euren sound raussuchen in dem fall würdet ihr jetzt den hier her ziehen und dann müsst ihr mit steuerung b wie bertha drücken und linke maustasse wo es hin soll und dann seht ihr hier schon so einen kleinen lautsprecher da kommt dann der kuhglockensound raus rein theoretisch wenn ich hier play drücke kommt auch der sound so bedeutet ihr könnt somit den sound dorthin platzieren wo ihr es wollt ihr müsst halt dann ein bisschen experimentieren mit der position und so weiter und im rechten reiter hier oben seht ihr auch den range also wie laut es von der weite gehen sollen den inneren range und das volumen an sich da kann ich euch nur raten try and error na jeder hat ein anderes gefühle anderes geschmäckle wir das gerne hätte aber das ist schon das ganze ihr müsst halt dran denken bevor ihr hier diesen sound auswählt nimmt euch die sound datei packt die in euren mod ordner wieder rein irgendwo wo es halt findet in meinem fall habe ich sie zum beispiel hier unter sounds rein gepackt kuhglocken und dann wählt ihr hier den sound aus dann sollte es soweit auch keine probleme geben das ist eigentlich das ganze geheimnis der geschichte ich will das video gar nicht länger machen das ist ein wunderbar wunderbares knackiges freitags fünf minuten video ich wünsche euch an der stelle ein wunderschönes wochenende speichern zumachen das übliche erkläre ich jetzt nicht mehr das sollte drin sein wer das nicht hinkriegt sollte am besten nichts rumfummeln macht es gut bis dann bei juli ciao